Hallo Leute, heute in Physik in 5 Minuten. Und zwar das Problem Kugelfeld. Kugelfeld. Und zwar einmal ist gesucht die Endgeschwindigkeit. Schwindigkeit. Mit Anfangsgeschwindigkeit. Und einmal ohne. Ohne Anfangsgeschwindigkeit. Und einmal mit Anfangsgeschwindigkeit. Langes Wort. Gut. So, ohne Anfangsgeschwindigkeit sieht die Form so aus. V End ist gleich die Wurzel aus 2 mal die Gravitation mal die Höhe von dem abgeworfen wird. So, und da setzt die ein. Die Höhe, haben wir gesagt, ist 10 Meter. Setzt die ein. 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde. Gehen wir mal davon aus, wir befinden uns auf der Erde. Und wenn ich das dann in meinen kleinen Taschenrechner eintippe, komme ich auf 14 Meter pro Sekunde. So, also ohne Anfangsgeschwindigkeit bedeutet ungefähr so. Einfach ausgelassen, dass es ohne Anfangsgeschwindigkeit und mit Anfangsgeschwindigkeit ist, wenn ich hier noch mit einem Schwung mitgebe. So, und wie sieht es dann aus? Dann ist V End ist dann die Wurzel aus 2 mal G mal H. Okay, das kennen wir. Plus V Null im Quadrat. V Null ist meine Anfangsgeschwindigkeit. Also, Anfangsgeschwindigkeit ist V Null hier. Kann man auch hier machen, V Null. So, und wenn ich sage, V Null ist 10 Meter durch Sekunde. Kein Quadrat hier. Und setze dann ein, wieder mit einer Höhe von 10 Meter. Komme ich auf 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 10 Meter plus 10 Meter durch Sekunde im Quadrat. Und wenn ich das Ganze dann eintippe in meinen kleinen Taschenrenner, falls einer einen guten Taschenrenner braucht, Link ist unterhalb. Kommt er auf das Ergebnis von 17,2 Meter durch Sekunde. So, und so rechnet ihr das auch mit Anfangsgeschwindigkeit und einmal ohne Anfangsgeschwindigkeit, denn eine Kugel nach unten fällt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Physik in 5 Minuten.